Heute bauen wir einen Hund. Puste einen Ballon auf, aber lass ca. 15 cm Platz. Teile einen Bereich ab, ungefähr so lang wie dein Daumen. Drehe ihn und halte ihn fest. Drehe zwei gleich lange Teile, falte sie und drehe sie zusammen. Das sind Schnauze und Ohren des Hundes. Drehe eine kleine Kugel für den Hals. Drehe das erste Bein, falte den restlichen Ballon parallel und verdrehe beides zusammen. Teile mit einer Drehung den Körper des Hundes ab. Drehe nun wieder ein Bein, falte den Ballon parallel und verdrehe die beiden Teile zusammen. Für die Rute greife das obere Ende des leeren Ballons und ziehe es in die Länge. Greife mit der anderen Hand den unteren Teil und drücke die Luft nach unten. Durch das Vakuum entsteht die Kugel am Ende des Ballons. Fertig ist der Hund. Der Hund. Er besteht aus einem Ballon, hat 12 Drehstellen und braucht viel Auslauf. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund.